moin leute und herzlich willkommen zu diesem video heute schauen wir uns einmal das transparent backplate von jsox an die besonderheit ist allerdings hier bei dieser version ich hatte ja schon mal eine rgb version gezeigt dass wir hier keine rgb beleuchtung haben sondern ein besonderes metallstück genau in die mitte das alles legen werden was als hitzing funktionieren soll und so verspricht man sich bessere hitzeentwicklung und das schauen wir uns einmal an ich habe das ganze auch getestet und sieht auch schon die verpackung ist ganz klassisch gehalten jsox spart nicht an dem zubehör was noch mitgeliefert wird und hier ist wirklich alles mögliche dabei sei es abdeckung für die analog sticks oder eine abdeckung für den usb c stecker oder für die hinteren makro tasten und 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 also ihr bekommt hierfür die 40 dollar bzw euro wirklich sehr sehr viel geboten das ist wirklich toll bei so einem umbau sollte euch immer klar sein dass etwas kaputt gehen könnte das heißt ihr macht das immer alles auf eigenes risiko der hersteller jsox hat auf der homepage eine anleitung zur verfügung gestellt wie man das ganze wirklich optimal machen kann ich werde das jetzt hier auch noch einmal machen dazu nutze ich das video material von der rgb backplate also wundert euch bitte nicht aber am ende ist es der gleiche vorgang hier jetzt noch einmal der hitsink der ist wirklich schwer und fühlt sich auch sehr hochwertig an und kleiner spoiler er funktioniert tatsächlich also die temperaturen entwickeln sich wirklich anders und das positiv als letztes sieht jetzt hier noch einmal das transparent backplate es ist halt geschmackssache ob es einem gefällt wenn die vorderseite so matt weiß gehalten ist und dann so ein harter cut kommt und dann einfach so ein transparent back cover das müsst ihr für euch selbst entscheiden wenn ich mir aber ein back cover kaufen würde dann wäre es definitiv die mit dem hitzing und nicht die mit der rgb beleuchtung weil ihr hier bei der variante mit dem hitzing tatsächlich die innereien ein wenig schonen könnt so bevor wir jetzt mit dem tutorial anfangen braucht ihr als erstes natürlich euer ally und es muss ausgeschaltet sein und dann müsst ihr natürlich die sechs schrauben auf der rückseite entfernen und hier noch einmal ein disclaimer wenn ihr sowas macht macht ihr das auf eigene gefahr ihr euch sollte bewusst sein dass bei solchen sachen immer wieder etwas passieren kann ich nutze es aber und bei mir ist nichts passiert wenn ihr alle schrauben entfernt habt nutzt das plektron und drückt es dann genau in diesen schlitz um dann das originale back cover zu öffnen ganz langsam herantasten und dann könnt ihr es langsam langsam mit ein wenig druck öffnen und vergesst nicht die untere mittlere schraube das ist eine sicherheitsschraube und siehe da ich habe es angeschaltet das sollte euch natürlich nicht passieren und wo war ich genau die die untere mittlere schraube die ist eine sicherheitsschraube da müsst ihr tatsächlich aufpassen aber ihr könnt es mit einem leichten druck dann herausnehmen wenn ihr dann das back cover entfernt habt habt ihr dann das alle so vor euch stehen und das entfernte erst einmal das braucht jetzt erst einmal nicht packt alle schrauben bitte so weg wie sie in der richtigen reihenfolge sind ich habe es jetzt nicht so gemacht mir ist das im zweifel egal aber meine empfehlung macht es immer so ihr nehmt das ihr nehmt euch jetzt auf jeden fall einmal das back cover und schraubt diese schrauben bei den schultertasten heraus und diese eine dickere schraube bei den makrotasten wenn die müsste tatsächlich entfernen und an dem neuen back cover noch einmal anschrauben seit beim heraus schrauben der schultertasten unter makrotasten bitte vorsichtig die schultertasten sind an ganz ganz kleinen feinen spitzen plastik stückchen befestigt und wenn ihr dazu viel druck ausübt könntet ihr diese tatsächlich zerstören und die schrauben sind auch wirklich sehr klein ihr sollte damit behutsam umgehen und sie im zweifel nicht verlieren klar wir haben ersatzschrauben mitgeliefert bekommen aber trotzdem so ihr seht es jetzt gerade diese kleinen plastik nubsis da müsst ihr wirklich mit dem schraubenzieher langsam nach oben drücken so habe ich es gemacht damit hat es funktioniert so das gleiche macht ihr dann mit der linken schultertaste und geht dann weiter zu den makrotasten da einfach die schraube herausnehmen die ist relativ kurz und danach ist dann noch eine kleine feder drin die dürfte natürlich auch nicht verlieren ansonsten könnte die makrotaste nicht mehr benutzen und dann wenn ihr es gemacht habt seht ihr dass die makrotaste eingerastet ist das müsste tatsächlich ein wenig eindrücken und meine empfehlung ist dann ganz leicht an dem gewinde loch druck auszuüben mit dem schraubenzieher um es dann so langsam langsam heraus zu drücken so hier seht ihr es noch einmal im detail da ist der überhang den müsst ihr einmal nach vorne ziehen damit sich das aus diesem eingerasteten lösen kann und dann ein bisschen druck ausüben und dann fällt die taste auch runter so hier seht ihr es jetzt einmal wie ich es gemacht habe und wenn ihr dann alle teile parat habt und alle schrauben gesichert habt könnt ihr das originale backcover einmal zur seite legen und könnt dann das transparent backcover einmal her holen und jetzt montieren wir alles wieder daran einfach nach und nach alles wieder ran montieren ihr solltet bei den schultertasten aber aufpassen die sollten tatsächlich im eingedrückten zustand sein weil es dort eine schiene oder einen schutz gibt was dann dazu führt dass die schultertaste nicht richtig positioniert ist da solltet ihr wirklich aufpassen und ganz ehrlich das ist eine formelei ja ihr braucht ein bisschen zeit für ich überspringe jetzt dabei einmal wenn ihr dann alles richtig gemacht habt dann sieht das ganze so aus die schultertasten müssten ohne probleme bewegt werden können und die backpaddles die makro tasten dürften nicht bewegt werden können also ihr dürftet wenn ihr darauf drückt kein klackern hören also nicht diesen tastenton das kommt erst dann sobald es wieder an das lei anschließt so und jetzt könnt ihr dieses backcover erst einmal zur seite legen und nimmt euch euer lei wieder ich hatte euch am anfang eine verdunklungsfolie gezeigt und genau die bringen wir jetzt einmal an dem licht sensor an und zwar genau hier wenn ihr die nämlich nicht an bringt dann wird euer allein nicht starten ihr macht das jetzt so ihr nehmt hier eine von diesen vierten und klebt diese vorsichtig daran da sind so watte stäbchen drumherum und dann müsst ihr an dem blauen überhang leicht ziehen dass diese blaue folie herauskommt dann noch ein bisschen druck ausüben und das war's dann müsst ihr euer ally gleich bei der endmontage wieder ohne probleme funktionieren jetzt kommen wir zu dem sticker für den akku das ist einfach nur ein optisches gimmick das müsst ihr tatsächlich nicht machen ihr könnt es auch so lassen wie es jetzt ist aber für den ein oder anderen damit besser aussieht das einzige worauf ihr achten sollte ist wenn ihr es später einmal entfernt bitte vorsichtig daran ziehen damit diese kabel oder diese folien hier nicht beschädigt werden ansonsten wie gesagt freiwillig jetzt müsst ihr einmal den heat sink an die richtige stelle packen das wichtig ist dass das loch des heat sinks genau über dem schrauben loch ist damit ihr es dann noch fest verschrauben könnt und wenn ihr das dann richtig positioniert habt dass die rillen nach oben schauen dann funktioniert es auch ideal ihr müsst schauen das sitzt relativ eng und seid da wirklich vorsichtig mit damit die links und rechts auf jeden fall die lüfter nicht beschädigt ihr solltet euch auf jeden fall ganz langsam herantasten und es kommt nicht bis an den anschlag des allies also nicht bis zum gehäuse hin das ist so ein paar millimeter versetzt ihr werdet es auch sehen diese eine kleine rundung das muss wirklich genau über dem schrauben noch sein und dann tastet euch wie gesagt dran und irgendwann funktioniert es dann auch so muss das ganze dann ungefähr aussehen und das war es auch schon jetzt einfach nur noch das becker war dann die sechs schrauben wieder befestigen und das war es auch schon dann können wir mit dem testen anfangen so ich zeige euch jetzt einmal jeweils the witcher 3 mit hitzing und einmal ohne hitzing das was ihr jetzt hier seht ist ohne hitzing und was mir aufgefallen ist ist dass die temperaturen sofort extrem ansteigen wir beginnen bei 80 85 und steigen dann teilweise sogar auf 90 95 wobei das keine regelmäßigkeit hat die 90 95 legen sich nach einer kurzen zeit dann fangen nämlich die lüfter etwas schneller an zu laufen und dann reguliert sich das ganze so auf 80 bis 90 grad und in dem bereich schwanken wir aber die steigung war extrem also die temperatur sind wirklich auf einmal extrem angestiegen und bis sie auch gesunken sind hat das ganze auch ein bisschen gedauert also das ging nicht innerhalb der sekunden in der es hochgegangen ist auch wieder in der gleichen geschwindigkeit runter es gab dann auch mal wieder momente wo das ganze unter 80 grad gekommen ist aber dann wiederum hat es sich wieder so eingependet dass man dann teilweise über 80 85 und dann teilweise wieder über 90 grad war also ihr seht die schwankungen waren durchaus da und die schwankungen gehen auch teilweise bis auf über 90 grad hoch und das ist tatsächlich ein bereich der gefährlich werden könnte wenn man es über einen extrem langen zeitraum machen würde jetzt seht ihr einmal das allein mit dem heatsink und auch hier war es wieder ganz am anfang zu bemerken dass wir einen rapiden anstieg der temperatur hatten also sprich wir hatten noch teilweise mal über 90 aber das hat sich sehr sehr schnell nach unten korrigiert nicht so im vergleich bei der version ohne dem heatsink und ihr seht es gerade wir bewegen uns jetzt hier auch im bereich 80 bis 85 allerdings sind die schwankungen insgesamt nicht so extrem wie bei der variante ohne den heatsink insgesamt kann ich jetzt hier so zusammenfassen dass die schwankungen und die höchsttemperatur hier insgesamt etwas stabiler und niedriger waren ich würde den unterschied so auf ungefähr fünf bis sieben grad schätzen das entspricht so etwas weniger als zehn prozent wenn man von 80 bis 90 grad einmal ausgeht und das ist meiner meinung nach gar nicht ein so schlechter wert insbesondere unter berücksichtigung der langlebigkeit der verbauten teile wenn ihr mich jetzt nach meiner meinung fragen würdet es ist nicht wirklich günstig mit 40 euro da kommt dann vielleicht noch versand dazu und so weiter vielleicht bekommt es ja im angebot mal so für 30 35 euro aber ich kann euch eins sagen wenn ihr sowieso ein transparent backcover kaufen wollt dann holt euch dieses hier spart ihr dann auch noch aber daran dass eure teile insgesamt etwas mehr geschont werden und am ende darf man nicht vergessen es erfüllt wirklich seinen zweck wir erreichen hier mit am ende niedrigere temperaturen und das führt dann dazu dass das erlei länger laufen kann insgesamt natürlich stellt sich dann wieder die frage okay dann erscheint das erlei zwei holt man sich das holt man sich das nicht lohnt sich diese anschaffung noch das muss am ende jeder selbst für sich entscheiden wenn man aber aus kris kosmetischen gründen sowieso ein backplate holt dann wieso nicht die und man auch die anderen teile das erleicht ein bisschen schont so leute ich wollte euch in diesem video einmal die effektivität dieses backplate zeigen ich hoffe es war ausreichend genug wenn ihr weitere fragen habt schreibt es mir gerne in die kommentare ich versuche es dann so gut es geht zu beantworten und mich würde auch mal eure meinung dazu interessieren findet ihr das gut findet ihr das sinnvoll würdet ihr es euch anschaffen ansonsten wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal ciao